Tränk das! Tränk das! Warum bist du nicht, gell? Ich hab dich auch reingepisst! Pissparty! Friss meinen Knüppel! Ich hab so einen Druck! Auf fremden Toiletten! Wir haben doch ein Klo! Zuhause so? Und auf fremden Toiletten? Oh man! True Story! Willkommen zurück bei Terraria! Der Sendung mit Niveau! Eben! Was haben wir heute vor? Wir wollen heute einen Wurm besiegen! Richtig! Aber davor wollten wir uns noch ein bisschen vorbereiten! Das heißt, so ein paar Plattformen bauen! Und... Ja gut, machen wir erstmal das und dann später können wir das mit einem Facesaber machen! Ich hab jetzt ganz spezielle Plattformen, Raffi! Shadewood? Nein, Pearlwood! Sowas gibt's! Ja, das ist das bei den Feen! Wo machen wir das? Machen wir das wieder hier drüben? Ja, da haben wir schon mal angefangen, oder? Ja, das bietet sich eigentlich an, ne? Ja! Wenn wir dann vielleicht auf der Ebene hier nochmal eins ziehen, so? Ich würd's hier einfach durchziehen und dann ein bisschen höher halt! Ja, da und ein bisschen höher vielleicht noch! Naja, dass wir so drei Ebenen haben, ne? Das ist ganz gut! Guck mal, meine sind viel heller und deine sind viel dunkler! Ja, und? Ist was gegen Neger oder was? Das wollte ich damit sagen, genau! Wusste ich doch! Der eigentliche Grund meiner Aussage! So, und dann noch ein bisschen weiter oben, oder? Ja, und drei Ebenen sollten reichen! Ja, das wird gegen! Weil wir sowieso so gut sind! Eben! Wie hoch? Ähm... Ja, sodass du leicht fliegen kannst, würd ich sagen! Ja, also... Also nicht zu hoch, weil sonst kommt man manchmal nicht drauf, wenn du schon im Flug bist! Wir müssen ja flexibel bleiben, ne? Ja, ja! Passt so, oder? Ich seh gar nichts! Ja, das passt schon! Ungefähr so hoch wie deins! Ja! Oder halt so nicht direkt! Wo bist du jetzt hin? Ich bin grad noch ein bisschen Holz machen gegangen! Wie macht man denn Holz? Also Plattformen halt! Die kannst du ohne Craftingbox machen, ne? Echt? Ja! Verdammt! Ups! Das wollte ich nicht! Das passt sogar von der Höhe! Jaja, guck mal! Das passt! Kommst du leicht drauf, so... Ist immer sehr flexibel! So wie jetzt auch ein Plattenbund oder irgendwas! Ja, Goblin-Army haben ja extra noch besiegt! Zwischen den Aufnahmen! Nur für euch! Damit ihr das nicht schon wieder mit angucken müsst! Eben! Weil wir so sozial sind! Na, das kann man vielleicht nicht immer behaupten, aber... Wir geben unser bestes! Warte, ich habe noch zwei Holzplattformen. Gut, dürfte es reichen? Können wir hier so unsere Boss-Area draus machen? Ja, das ist vernünftig. Okay, was nehme ich, wenn meine Mana aussieht? Minishark, oder? Ja, würde ich mal sagen. Die Space Gun lasse ich mal raus. Oder den Blue Moon. Das ist bestimmt auch nicht schlecht. Hast du den noch dabei? Ich habe den immer raus. Ich packe den immer weg. Ja, ich hole mir hier meinen Minishark und den Blue Moon hin und das da hier. Dann kann es mir schon passen. Gut, Healing Potions habe ich dabei. Dann hole ich noch kurz. Healing Potions. Haben wir da normale? Ich habe nur die leichten. Ich habe die Lesser, ja. Wenn wir besser haben, sollten wir die vielleicht nehmen. Besser als Lesser. Ja, allgemein könnten wir uns mal kurz ein paar Blute-Potions rausnehmen. Ähm, Healing Potions. Oh, das sind sogar genug. Ein ganzer Stack für jeden. Nice. Äh, wo? Hier. Okay, danke. Warte, wir können uns ja noch... Welche hast du rausgenommen? Die normalen Healing Potions. Schauen die aus? Die sehen aus wie... Lesser, nur ein bisschen größer. Okay, also ich bin eigentlich ganz gut ausgerüstet, glaube ich. Vielleicht nehmen wir noch eine... Ich nehme noch eine Magic Potion raus. Iron Skin. Äh... Noch Water Walking. Nee, Feather Fall. Regeneration wäre nicht schlecht, aber... Haben wir nur eine. Mir egal. Ich gucke gleich nochmal, wenn du fertig bist. Ob da noch was Schönes für mich dabei ist. Du musst dann einfach nur B drücken, gell? Dann nimmst du alle Buff Potions. Das ist halt praktisch. Puh. Dann geh mal rein hier, Druide. Oder wie auch immer du heißt. Penis Adventure ist 2% hollow und 6% höher. You should try harder. Haha, ist ja witzig. Hihihi. Okay, hier ist nichts Gutes mehr. War da noch eine... Iron Skin Potion? Ja, da waren zwei drin. Das sind so gelb. Da, Iron Skin. Okay, gut. Und dann muss ich nur gleich B drücken. Ja, dann nimmst du alles. Ich kaufe noch kurz ein paar Bullets. Mit Bullets, wie viele habe ich noch? Ich habe nur noch 1500. Meinst du, das reicht? Ja, ich glaube nicht. Warte, ich könnte mir eigentlich mal Silber Bullets holen. Sind die besser? Davon habe ich nämlich 6. 6 ganze Schuss. Ich kaufe mir einfach mal welche. Ich habe mal 99 gekauft. Hä? Wer gibt mir das denn? Von denen. Ach, der, der genau vor dir steht. Ja. Ah nein, geh weg, du Typ. Ich möchte mit dem anderen reden. Okay. So, ich glaube, es ist Nacht genug, oder? Ich habe kein Geld dabei. Ist ja scheiße. Du Pro. Ja, Entschuldigung. Warte, ich muss kurz... Ich habe jetzt mein ganzes Gold bei mir. Wenn du den jetzt holst, Raffi, gibt es Ärger. Okay, warte. 3, 2, 1. Ja, genau. Siehst du das? Ich sehe gar nichts. So, die können weg. Ich könnte die Flair gar nicht mehr weg. Das kann es pinkeln. So, Geld weg. Hör auf, das Haus an zu pinkeln. Das ist ja ekelhaft. Ein Zombie. Nein. Ich bin soweit. Ich auch. Ich habe den Wurm dabei. Ich habe meinen Wurm auch immer dabei. Warte, ich komme nur noch raus. Und dann können wir loslegen. Ein Auge. Oh mein Gott. Was ist das denn für ein Vieh? Ein Obsessed Armer. So. Gibt es? Ja, ich bin da. Okay, go. Also am besten Golden Schaum benutzen, gell? Oh, das ist ja fett. Wo ist denn der? Oh. Holy shit. Ah, guck mal. Er kann ihn schon gut... Oh, das ist geil. Am besten aber so, dass du mit ihm schießt, dann kriegst du nicht mehr Segmente. Naja, bin ja nicht doof, ne? Ah, was schießt du die ganze Zeit? Laser. B drücken. Ich habe mein Ding schon eingenommen. Oh mein Gott. Die Lasertieche. Oh mein Gott. Au, 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 au. Boah, wie viele das sind. Ich habe überhaupt keinen Überblick, auf was ich schießen soll. Oh mein Gott. Ich kann nicht angreifen. Ah, ich habe mich irgendwie verdrückt gehabt. Ah, ich bin gleich tot. Ich habe so wenig Leben, nur noch. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein. Geht er jetzt weg? Nein, oder? Nein. Was ist denn alles für scheiß Laser, Mann? Buu. Ich glaube, er hätte vom Leben abgezogen, gell? Na, trotzdem ist es zu wenig. Das muss noch besser werden. Wollen wir noch höher bauen, damit er nicht zu uns kommt. Meinst du, der kann da nicht so hoch? Ja. Ich glaube schon. Ach, das ist ja ein Nervchen. Der hat jetzt irgendwie nichts Gutes fallen lassen für uns, ne? Oder habe ich irgendwas bekommen von den Lasern vielleicht? Ich habe gar nichts bekommen. Ich auch nicht. Oh Mann. Enttäuschung pur. Oh Mann. Guck mal, ich zeige dir einen Stern. Ja, ich habe auch einen Stern gezeigt. Ich zeige dir gleich was ganz anderes. Ach, schade. Ja, aber es ging jedenfalls gut ab. Das hat mir richtig nice Damage gemacht. Vielleicht brauchen wir halt wirklich noch zuerst eine Titanenrüstung oder sowas. Weißt du was? Vielleicht sollten wir uns neben diese Boss Area auch mal ein Campfire stellen. Dann heilst du nämlich die ganze Zeit Leben dabei. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Boah, ein bisschen schon, ne? Ja, aber so viel. Weiß nicht. Jedenfalls haben die Laser halt verdammt viel Schaden gemacht, glaube ich. Ja. Das war das Einzige. Also ich hatte halt keinen Überblick, auf was man gehen sollte. Das war das Problem. Ja. Es war einfach überall. Dann würde ich sagen, wir bauen uns einfach noch mehr Plattformen hin, oder? Na gut. Dann müssen wir halt die ganze Zeit die Laser abwehren, ne? Dann schießt du einfach nach unten und rennst nach links und nach rechts. Dann dürfte es eigentlich passen. Okay. Können wir machen. Aber ich habe halt kein Holz mehr. Ich habe noch ein paar Plattformen. Ich kann noch ein bisschen Holz holen. Ein paar Sterne. Oh Mann. Ich sehe aber so wenig. Ja, man sieht auch so wenig gerade. Ja. Ich sehe meine eigenen Schritte nicht. Also mit Titanenrüstung stelle ich mir das um einiges leichter vor. Was haben wir jetzt? Haben wir schon Mithril? Ne, wir haben Kobalt noch, ne? Ich habe einen Titanenhelm. Ja, und ich habe ja fünf mehr Leben. Von daher gleicht sich das ja aus. Ja, aber gut. Schau mal, wenn jetzt hier Ferien sind, dann habe ich genug Zeit. Dann können wir mal so einen Stream machen. Ja. Bis dahin, den wir noch nicht besiegt haben. Wann sind denn Ferien? Ja, Winterferien halt. Ist das nicht nach Weihnachten? Weihnachtsferien? Ja, nein, vor und davor. Also als Weihnachts-Winterferien. Ist alles das gleiche. Habe ich noch Holz? Ja, ein bisschen. Ich finde das voll unverschämt, dass so eine roten Plattform ein Holz kostet. Das ist eigentlich voll viel, gell. Ja, da könnte man so zwei oder drei Rohs ruhig rausbekommen. Vor allem, weil bei Shade nur immer eins rauskriegt. Okay, also ich habe nichts mehr. Kein Holz. Ich bin gerade auch mal abholzend links. Tüdelü, Tüdelü. Können wir den Wurm jetzt eigentlich nochmal machen? Ja klar. Brauchen wir halt nochmal das Item dafür. Dafür brauchen wir Iron, Soul of Night und Vertebras. Haben wir aber alles genug. Also einen könnten wir definitiv noch machen. Zu deiner Beruhigung. Ja, ich war schon in hellster Aufregung, wie du gemerkt hast. Ja. Falls dir meine Reaktion nicht aufgefallen ist. Welche Reaktion? Ja, eben. Alter, die waren aber echt krass. Mann. Mann, 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 Mann. Ach, nervig. Wir waren einfach noch nicht bereit. Nee. Es fehlt an einer guten Rüstung. Mhm. Ach, ich... Viel Schaden haben wir den, glaube ich, schon gezogen. Hast du ja gesehen am Anfang. Jaja, das Problem ist halt, wenn die Mana alle geht, dann wird's blöd. Was? Giants flying, was? Was kommt denn jetzt? Trapper. Ach, Harpien. Ah, ich hab den River gerufen. Diesen Wurm. Aber ich hab ihn besiegt. Mit dem Stab geht das voll einfach. Hä, was? Dieser Wurm, dieser weiße, dieser Drache. Ach so. Boah, die könnten wir eigentlich auch farmen. Dann könnten wir uns Flügel machen. Das wäre so ein nächstes Ziel vielleicht. Ich hab ihn getötet und hab jetzt acht Soul of Flights. Ja, genau. Mit den Soul of Flights können wir, glaube ich, auch geile Sachen machen. Das war ja einfach. Ja, vor allem mit dem Dings jetzt, mit dem Stab. Ich glaub, ziemlich einfach. Und Federn, brauchen wir die auch irgendwo für? Jaja, die brauchen wir auch. Na, das läuft ganz gut. Dann halte ich mich mal ein bisschen mehr hier oben auf. Auch wenn man hier echt wenig sieht, irgendwie. Ja, man muss halt warten, bis Tag ist. Oder ich glaub, spawnen die überhaupt am Tag? Weiß ich nicht. Aber jetzt gerade, mach ich sie gut platt. Geh weg, du Scheiß. Na gut. Ich will auch endlich fliegen können. Das ist ja viel cooler. Ja, mit den Flügeln kannst du ja relativ gut fliegen. Die lassen sich dann auch relativ schnell... Oh, ich hab ne Turtleschall bekommen. Da ist der Wurm wieder. Hab ihn. Wie denn weg aus? Er ist ja neulich so nicht tot, aber jetzt hab ich ihn. Ich hab ne Turtleschall bekommen. Jetzt hab ich nochmal 10 Soul of Flights. Also, das geht zügig. Wie gesagt, ich weiß ja nur gerade nicht, wie man das macht. Hier fällt überall dein Pinkelzeug runter. Das Geile ist, du fällst schneller als die Items. Du kannst die Items einholen, wenn sie einmal runtergefallen sind. Ja, aber nur ganz oben, oder? Bei der schwere Losigkeit. Ich weiß nicht. Es geht ne ganze Zeit gut. Ah, hier sind Federn. Ich dachte, dass hier alles rumliegt. Ich zerbomb hier einfach alles. Sogar zwei Gold. Warum ist das zwei Gold? Ey, die sind vor dem Wölf an. Hey, das ist meine. Jetzt klaut die mir mein Gold. Ich mein, da war gar kein Gold. Das waren zwei Silber, glaube ich. Oder zwei Bronze. Irgendwie sowas. Ja, ja. Lügner. Ach was. Ich wundere mich nämlich schon die ganze Zeit, wieso der mehr Gold hat. Da ist er schon wieder. Komm her. Komm auch mal. Nein, bleib mir fern. Das ist mein Gold. Ach, er lebt sogar noch. Echt wo? Ja, da wird der Kopf war noch da. Da ist er schon wieder. Ist ja richtig nice. Ja. Oh mein Gott, Rapis. Die können alle nix. Nein, verdammt. Ich kann mich mit dem Huck nicht dran hängen. Oh, meine Mana ist alle. Scheiße. Oh Mann. Ich war einfach zu verschwenderisch. Dass du auf sowas auch nicht aufpasst. Alles hat lang gehalten, muss ich ja sagen. Ich hab dreimal einen Riven getötet. Wir sollten vielleicht mal so, oder ihr könnt immer in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was so das beste Setup ist für Mana und so Zeug, was wir, also was zurzeit realistisch ist für uns, nicht was so Endgame ist. Hab ihn getötet. Nice. Was wir uns so realistisch machen können, dass wir zum Beispiel weniger Mana verbrauchen, schneller regenerieren, wäre auch nice. Ja, das wäre ganz gut zu wissen. Das ist Talk. Aber da kommt er. Ist er tot? Nice. Ach, kein Problem. Kein Problem. Ab hier. Ich mach einen One-Hit oder was? Guck mal hier, ich jage. Ist doch ein bisschen unfair, finde ich. Ja, und was ist schon fair? Bist jetzt aufgeprallt oder was? 600 Schaden, ja, ich hatte keinen Dings mehr irgendwie. Jetzt kommt er nach unten. Oh mein Gott. Das war so klar. Ja, man kann es ja mal probieren, was? Ich hatte nur drei Gold. Von denen zwei mir gehören. Sei dem mal so angemerkt. Lava keinen. Wir über die Sterne runterfliegen. Ja, man kriegt immer mal so einen mit, ne? Das ist halt ein bisschen blöd. Komm, Drache, wo bist du? Und wir sollten uns so langsam auch mal ne Himmelsstadt suchen, finde ich. Ich weiß nicht, gibt's die überhaupt? Ja, die gibt's. Uns wurde auch gesagt, dass die direkt entstehen, sobald man die Karte entwirft. Das heißt, die sind immer da. Okay. Man soll aber dann die goldenen Schlüssel mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir da viele von haben. Goldene Schlüssel? Ja. Dürften wir? Weiß ich gar nicht. Gute Frage eigentlich. Sonst müssten wir die nochmal farmen gehen irgendwo. Ja, die kriegen wir, wo kriegt man die gleich nochmal? In dem Dungeon haben wir die viele bekommen, oder? Ja, aber in dem Dungeon würde ich erst dann wieder, au, erst dann wieder gehen, wenn wir den Dschungelboss besiegt haben, weil er spawnt auch neue Monster und so. Okay. Wie viele Federn hast du eigentlich? Sieben. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich glaub, Federn sind so mehr das Problem als von denen. Ja, Soul of Flights kriegst du so viele. Ich hab vier. Das hier ist echt geil. Ich hab 43 Soul of Flights. Ich hab zehn. Also das Taggeist könnte ich eigentlich nochmal Holz suchen gehen. Ich glaub, der Drache kommt jetzt auch nicht mehr. Ist nur in der Nacht wahrscheinlich, oder? Ja, jetzt kommen nur so ein paar Harpien. Oder? Ah, da ist er. Ich geh noch auf Holz. Der will auf. Der kommt zu dir. Ne, doch nicht. Jetzt kommt er zu mir. Kommst du mal her? Was macht der denn? Jo, weil deine Pisse runterkommt. Komm her. Äh, okay. Jetzt. Das ist cool. Der fädelt so schön ein. Und dann fährt er dir nach einfach. Jetzt hab ich einen Banner bekommen. Cool. So ein Wurzern-Banner? Ja. Nice. Guck dir mal an. Das sieht sogar recht nett aus. So, ich geh noch Holz holen. Und wenn wir dann genug Plattformen hier haben, und vielleicht bringen uns ja auch die Flügel ein bisschen mehr, wenn wir so mehr fliegen können und so. Ja, wer weiß das. Müssen wir einfach nochmal testen. Ich meine, wenn wir die Ressourcen günstig bekommen. Ich meine, ich soll auch Fleißen, der ist leicht zu bekommen. Ja. Komm, ich möchte noch einen Drachen. Ich habe Lust auf einen Drachen. Ich habe Blueberries bekommen. Auf welcher Höhe sind denn die Inseln? Weißt du das ungefähr? Keine Ahnung. Ich habe noch nie eine Inseln-Terraria gefunden, also so eine fliegende. Ja, ja. Wir können ja die Zuschauer fragen. Ja. Allgemein nochmal an euch, falls ihr irgendwas wisst, wo wir rumreseln. Bitte in die Kommentare damit. Wir sind genauso Noobs wie jeder andere. Oder größer. Genau. Schaut auch so cool aus mit dem Regen. Goldschauer. Arm is cold as ice. Jetzt habe ich fast wieder runtergefallen. Copyright. So, wie viel Holz hast du euch noch? Null. Ich habe alles verbraucht für die Plattform. Ja, hallo. Ich dachte, ich tue uns damit einen Gefallen. Verschwenderisch, du. Dann kann der Arm Regenwald. Wieso? Dafür habe ich immer neu gepflanzt. Wenn die nicht wachsen, ist das doch deren Schuld. Es ist einfach Schuld, wenn die Bäume nicht so schnell wachsen, wie wir wollten. Ja, eben. Ich habe Rich Mahogany. Mahogany? Ui. Dann kannst du jetzt... Mahogany. Das heißt aber Mahogany im Deutschen. Mahogany. Du kriegst wie so ein Ureinwohner Amerikas. Mahogany. Mahogany. Komm. Oh Gott. Friss meine Pisse. Ja. Au. Oh, dann macht die Fischern. Du, 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 du. Ich baue hier so ein bisschen vor mich hin. Du, 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 du. Ich habe noch eine Turtle Shell bekommen. Alter, wie ich übelst viele Turtle Shells kriege. Braucht man die für irgendwas? Das Material. Bestimmt kann man damit übelst die OP-Rüstung machen oder sowas. Au. Ich glaube, du bist tot, Raffi. Ja, es könnte sein. Ich habe Gold verloren. Hätte ich vielleicht davor weglegen sollen. Nein, natürlich nicht. Ja, passiert. Es sind ja nur fünf oder so gewesen. Ich habe ja genug. Im Vergleich zu anderen hier. Ja, ich weiß auch, wieso. Weil du es mir klaust. Weil ich besser wirtschaften kann als du. Ja, genau. Oh, hier liegen zwei Gold rum. Die nehme ich mir einfach mal. Aber wenn du die nicht mitnimmst, dann verstehst du. Ja, hallo. Ist es im Flug nicht immer so leicht, hier alles mitzubekommen? Ja, ja, jetzt wieder rausreden. Ja, und dann gibst du es mir vor allem nicht wieder. Also du bist überhaupt kein Sportsmann. Siehst du? Und dann hier solche Hast-Tiraden. Dass du mehr Gold hast. Ich baue mich jetzt von dir weg. Baust du dein eigenes Haus? Ja, ich baue meinen eigenen Weg. Aber er wird steinig. Kann kein leichter sein. Nein, dieser Keks wird kein weicher sein. Ist aber schlecht. Will ich da nicht essen. Ja, nur mit Getränken. Ich glaube, ich baue nicht auf der richtigen Höhe für so eine Insel. Also baust du gerade so eine Plattform? Ja. Nice. Aber ich befürchte, das wird nicht gut sein. Oder was Produktives zur Abwechslung der Scharbe. Halt mal deine Schnute her. Ich will dir nur mal sagen, dass wir eigentlich alles zusammen machen. Sonst wäre es ja auch nicht produktiv. Oder gar nicht produktiv, was du machst. Ja. Überleg dir mal, wir haben bisher fast alles zusammen gemacht. Ja. In Wirklichkeit habe ich alles auf Kamera gebaut. Und Schauer hat nur zugeschaut. Bullshit. Oh, ich habe kein Material mehr. Oh, jetzt kommen wir schon ganz, ganz viele Slimes lang. Ist das nicht süß? Da haben wir noch genug Steine, oder? Jaja, aber ich hatte nur einen Stack mit. Ich habe mich ja spontan dazu entschlossen, das zu bauen. Ich wollte gerade sagen, aber Plattformen hast du nicht benutzt, oder? Doch. Ich habe 600 Plattformen verbaut. Okay, ja dann. Ich freue mich, wie hoch der Dings kommt, der Destroyer. Das frage ich mich auch. Kommt ihr nochmal ein Wölfern? Ich brauche noch ein bisschen Gold. Aber so kannst du eigentlich recht gut Gold farmen, ne? Ich weiß gar nicht. Bringt dir jedes Mal eins. Naja, oder? Ich weiß es nicht. Aber es kam mir so vor. Ich weiß es auch nicht, du. Ja, wenn ich überlege, dass du mir so viel gestohlen hast, dann scheint sich das schon zu lohnen. Da in der Bottle. Was ist das denn? Ich brauche das mal. Can be placed. Oh. Oh. Ah. Oh. Dekorativer Bullshit. Bin ich ja voll der Freund von. Warum kann ich das Ding hin tun? Ah, jetzt hier. Boah. Boah. Ich habe es in unsere Eingangshalle getan. Das ist doch voll geil. Ich sehe immer schon wieder runterpisst. Heutiger Wetter. Ja, ich kann es. Ich habe so eine leichte Inkontinenz. Heutiges Wetter. Pissregen von Schau. Das Wetter ist halt ziemlich pissig. Wortwörtlich. Oh, ich höre dich. Bist du am Minen oder am Sägen? Beides. Ach, der Wurm kommt nicht. Der Wurm kann mich mal im Arsch legen. Ich springe. Tschüss, grausame Wild. Land auf der Plattform. Ich werde sterben jetzt. Pass auf. Jetzt muss ich erst noch mein Geld wegbringen. Immerhin drei Gold habe ich bei mir. Zwei draufgezimmert habe ich, glaube ich. Das reicht zwar jetzt nicht ganz hier. Aber mehr habe ich jetzt nicht. Dürft passen oder fürs Erste. Also. Ja. Ich rede einfach mal. Ja, ja, ja. Ich sage einfach ja. Schau mal, hier ist die Standard Bottle. Voll stylisch hier, oder? Oh, was? Hier. Direkt über mir. Oh, dein Name ist genau darüber, sodass ich es nicht sehen kann. Oh, wunderschön. Geil, oder? Brauchst du jetzt weiter? Schauen wir mal an, was du da oben machst. Ja, ich gucke nochmal gerade, ob ich vielleicht noch einen Wurm kriege. Bin mir da voll vorbeiflitzt, Alter. Ich glaube, du bist zu weit unten. Ja, das hätte ich nämlich auch gesagt, ne? Ich hätte es so ab hier gesagt. So hoch. Das ist so hoch, oder? Oder hier so. Hier so? Ich baue hier. Aber warte, wenn ich hier baue, habe ich wieder alles im Blick. Okay. Auf. Wie viele Sterne da kommen, Alter. Boah. Stirb, Raffi. Stirb. Nein. Ah, Slimes. Ah, ja, aber die Plattform ist auch voll gut zum Sterne sammeln dann später. Echt? Was du hier gerade fabrizierst, ja klar. Brauchen wir die nochmal? Ich höre dir immer so wenig zu. Ich kann mir das nicht merken. Ja, dafür gibt es halt Star-Kerner. Also es gibt ja eine Star-Kerner, die die Sterne verschießen. Das ist halt ziemlich geil. Ach so, cool. Naja. Naja, dann mache ich ja hier genau das Richtige. Wenigsten einer, der hier gute Arbeit leistet. Aber auch nur zufällig. Ja. Ihr müsst nämlich wissen, ich habe das ja alles offline gebaut und der Raffi hat zugeschaut. Das unterschreibe ich nicht. Ich habe 999 Drag. Also bist du eine Drag-Queen? Ja. Ja, ich wusste schon immer, dass mir der Lippenstift bei dir sehr komisch vorkam. Aber Federn kriegst du ja auch gut. Also, wenn du mal hier oben unterwegs bist. Auf Kamera nachschauen, was man alles braucht dafür. Dann läuft das. Mal schauen, es ist voll praktisch. Jetzt kann man die Harpies hier draufleiten und dann einfach absetzen. Das ist voll easy jetzt. Wow, jetzt hätte ich fast runtergefallen. Oh nein. Ab in den Tod. Ich baue jetzt immer weiter, dass du hier nicht langkommst. Oh nein, jetzt will mich die Harpies, oder? Ich wollte den Hotel weiterbauen. Oh shit, oh shit. Oh, der Wurm kommt. Er ist da. Er ist da. Ah, schau auf. Da geht an sich genau alles oben. Das heißt, wenn wir hier auch weiterziehen. Toll, ich glaube, die Drops sind jetzt nach unten gefallen. Ich habe es gerade aufgenommen, glaube ich. Ja, hast mir wieder mein Gold geklaut, ist klar. Stimmt gar nicht. Nein, nein, nein. Wenn die Pause schon so lang ist, dann weißt du schon alles. Ja. Wie lange hast du hier bitte gebaut? Ja, weit. Das ist mir auch schon ergangen. Das Timing hat einfach nicht gepasst zwischen Haken und Fliegen. Aber da oben hängen noch Soul of Flights rum, deswegen wollte ich die haben. Ja, ich glaube, hier sind wir echt auf der falschen Höhe. Oder sind die echt selten? Ich weiß gar nicht. So häufig sind die jetzt auch nicht, aber ich habe mich auch schon gefragt, ob ich nicht halt zu niedrig bin. Ja, wir haben uns hier schon über ein eine Achtel der Map gebaut oder so. Ja, das kann ja gut sein. Manchmal hast du Pech. Wahrscheinlich ist es einfach genau auf der anderen Seite und dann musst du keine zehn Felder weit graben. Sag mal, ihr scheiß geflügelten Nutten, geht mir nicht auf den Sack. Nein, es hat er nicht wirklich. Das hast du nicht gerade. Doch, ich habe Sack gesagt. Und Nutten. Was denn? Was ist denn daran unnormal? Das kennst du doch von zu Hause, Raffi. Das ist doch kein schlimmes Wort. Echt? Woher weißt du das schon wieder? Ja! Warum macht er das schon wieder? Nein, das ist ein Pickel. Achso. Ah! Warum bin ich tot? Achso, ich hatte so wenig Leben. Stimmt. Du baust. Kann ich ja nichts für, wenn er sich so langsam heilt. ganz easy weggehen. Hier nochmal fünf Soul of Flights. Ja, daran sollst du jetzt nicht mehr scheitern. So. Aber ich würde fast sagen, wir machen es hier aus oder Schluss, aus, vorbei. Ich habe auch nur 60 Soul of Flights. Ah, noch ein Wittern! Ein Wittern! Ich befürchte, es wird gewittern. Ich kann mich nicht drunter stellen, weil ich halt so wenig Leben habe. Ja, toll. 83 Silver Coins ist ja nichts. Das ist fast ein Gold. Das ist aber keins. Noch einer. Jetzt kommen sie aber an hier, wie so Geiermeier. Ich glaube, nachts ist die Chance einfach größer. Kann das sein? Ja, ich glaube auch. Ich habe nur noch ein Leben. stirb raffi stirb oder wie ich ihn gerade voll abgelenkt hab ich gerade voll verkrüppelt und so da ist der kopf weg da würde ich aber sagen wie maker stoppie hier let's stop der witz wird auch nie alt oder ich wollte echt nach unten ja dann haben wir es jetzt oder ich habe bekommen sehr gut das haben wir schon oder ich weiß es nicht also vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns nicht mal nicht vergessen tipps dazu lassen wenn ihr welche habt und hoffe ich hatte es gefallen ja bis dann tschüss